Die deutschen Autohersteller haben im April in den USA meist kräftig abgesahnt. Bis auf Volkswagen glänzten alle mit Rekorden oder zumindest deutlich gestiegenen Verkäufen. Die Wolfsburger wurden 8,4% weniger PKW-los als vor einem Jahr, der 13. Rückgang in Folge. Als ein Grund dafür gilt, dass VW seine Modelle in den USA nicht schnell genug überarbeitet. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat beim Start in das laufende Jahr vor allem den starken Euro deutlich zu spüren bekommen. Zudem drückte ein schwächeres Öl- und Gasgeschäft auf die Bilanz. Wie das Unternehmen heute am Tag der Hauptversammlung mitteilte, ist trotz des etwas geringeren Umsatzes im ersten Quartal der Nettogewinn geringfügig gestiegen auf 1,5 Milliarden Euro. Der dauerhafte Euro-Rettungsschirm ESM hat seine volle Schlagkraft erreicht. Die 18 Staaten des Euro-Währungsraums haben die letzten Raten überwiesen, wie die Institution mit Sitz in Luxemburg mitteilte. Für klamme Mitgliedsländer stehen nun wie geplant 80 Milliarden Euro an Kapital bereit.